Ja hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas, ja, geht noch weiter nach meinem Eben, nach meinem Fauxpas von eben, geht auch weiter mit OG Log Mission, würde ich mal sagen. Die Karre läuft noch, ist auch gut, die Scheibe ist voll im Arsch. So. Ja, Subray, wie immer. Oh, ganz toll, jetzt hab ich auch schon angegriffen von den Pennern. Super. Hey, fuck you, man. And I don't care what you heard, I ain't nobody's ass technician, bitch. Hey, hey, what's up, low? Technician ain't gangster, that's what's up. I heard that. Listen, Carl, if I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay, so what's the plan? Well, I'm going to slide back over to Grove Street and get those sounds, rombastic, fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the part. And get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit, the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles. The voice of the family is like Moses, only keeping it free. You said it. You know what I'm saying? Idiot. Besorgt dir neue Klamotten und geht zum Friseur. Dann schaut zwischen 20 und 6. Ja, pff. Hab ich jetzt schon gemacht. Zumindest neue Klamotten zwar nicht, aber eine neue Frisur hab ich ja schon. Das ist auch fies, ne? OG hat nicht mal aber schon auf meine neue Frisur geguckt. Also, was soll's. Fünf Minuten hab ich noch. Komm, ich krieg die das hin. Ich hab nämlich keinen Bock, jetzt, äh, den Speichertrick zu machen. Das geht ja immer um sechs Stunden weiter. Heißt, theoretisch, ich könnte die ganze Zeit nonstop speichern, bis ich halt wieder in der Zeit bin, die ich gern hätte. Also. Ja, sagen wir mal so, zum Singleplayer kommt das schon gut, aber. Hm, ich weiß nicht, ob das so gut im Let's Play kommt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Penner. Ich hatte rot, also darf ich fahren. So. So. Der hat's mir nicht so mitgekriegt hier. So. Und dann sind wir auch schon bei der Party und haben's sogar noch in der Zeit geschafft. So, aber ich würd sagen... Ne, speichern darf ich jetzt nicht, das ist blöd. Jetzt mal ran. Hey CJ, what up, G? Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy-ass bitches in the house. You coming over, homie? Ah, I don't know, man, I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay, I'm gonna come over right now, then. Das tut mir wirklich total leid. Hey, hey, what's up, homie? Hey, hey, what's up, homie? Hey, all the homies in the back, they're on the way from this wack news. Man, I feel it. Come on. Boah. Die Musik ist so scheiße. Hey, what's up with you, baby? Show you back on the block, huh? Hell yeah. You're a real killer, huh? What he done, and I ain't, huh? We'll stop him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's party's about to run up. The head up here right now. Ah, jetzt wird die Party endlich mal interessant. Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Das geht's mir nicht endlich mal richtig los. Die Musik geht grad, oder? Aber auch wenn man eigentlich nur eher so ein bisschen vom Rhythmus her mitkriegt. So, die Leute wollen eigentlich nur aufs Maul kriegen, oder? Ja, klar. Auf einmal klappt das nicht. Leck mich. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Okay. Holen wir die AK raus. Fliegen die so schön? Pff, das ist ja wohl ein Witz. Pff, das ist ja wohl ein Witz. 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 Und wieso geht die nur auf mich los? Das ist echt unfair. Pff, der da ist ja wohl... What the fuck? Geil, ich musste meine eigene Leute umbringen. Genial. Yeah, cool. Jetzt habe ich... Naja, wenigstens ist die Party vorbei. Ey, ebenso hat er eindeutig noch... Sieht denn scheiße aus. So. Gut, speichern wir den ganzen Kack erstmal ab und schauen mal... Oh, cool. Jetzt fängt es doch langsam an, interessant zu werden. So. Na cool, fast 6000 zusammen... Äh, wieder fast 6000... Fast 6000 wieder insgesamt. Muskeln bauen schon wieder ab, ganz toll. Freut mich aber richtig. Äh. Na doch, ein bisschen Zeit habe ich jetzt noch. Hey Mann, pass die Kack. Gut, äh, was nehmen wir uns für eine Karre? Ich mein... Na, der ist noch ganz... Scheint noch ganz in Ordnung zu sein. Nehmen wir den mal und... Kommen wir hier durch? Ja. Cool. Das ist gleich noch hier eins in der Nähe, ey. Das muss natürlich... Kannst du mich mal? Kann mir meiner sagen, wie die dat mitgekriegt haben? Lol. Naja, gut. Hängen wir die erstmal schnell an die Bullen ab und dann geht's ab. So. Ich weiß, dass es irgendwo auch noch so ein nettes Ding gab. So. Machen wir den Wagen ab und erstmal kaputt. Ist schnell besser. So erkennen die unseren Wagen nämlich gar nicht. Siehste? Und schon wissen sie gar nicht mehr, wo wir sind. So. Das Blöde ist, es gibt diese Sachen auch, wenn sie nicht da ist. Aber wenigstens. Auch mit diesem roten Ding, dann steht auch sie da. Scheint nicht da zu sein. Oh, ich hoffe, ich muss jetzt nicht tanzen. Ich hoffe so sehr. Das heißt, wenn ich mich einfach wieder nur die scheiß Falltaste bewege. Ja, das könnten wir machen. Los, dann baller wenigstens ein bisschen rum. Hallo. Ich höre, das ist doch mal ne geile Freundin. Sehr schön. Mal durchfahren. Ja, machen wir doch schon. Aber erstmal muss man auch Leute finden. Bitte cool. Ja, da sind sie endlich. So, jetzt baller auch rum. Ich hab meine Freundin schlecht behandelt? Leck mich! Alles eure Schuld. Oh, scheiße. Schöne Scheiße. Ach, kacke. Cool. Deiner wurde Eiscord überfahren. Super, und das ist da hinten. Das ist noch viel beschissener. Aber cool, kann ich die wenigstens... Gut, das ist da. Och, haut der eiskalt ab. Ich bin mal gar nicht. Feige Sorge. Gut, auch wenn wir die Freunde jetzt schlecht behandelt haben. Weil sie einfach so blöd ist zum Schießen. Aber wenigstens können die nicht sterben. Das ist ja irgendwo auch wieder gut. So, das war's auch mit dem. Ist ein bisschen Sitterbeak getroffen. Ist mir ja schon mal richtig. So, jetzt ganz schnell... ...sich mal... ...det Ding holen. So. Dann wieder schnell die ganze Kacke zusammensammeln. Alles, was geht. Und dann nur noch die beiden Fatzken umbringen. Oh, cool. Nur den einen. Mal zwar mitten... ...in dem Gebiet wat. Ist zwar eigentlich auch nicht so schön. ...aber wir haben ein weiteres Gebiet. Und je mehr, desto besser. Also, von daher... Aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Verdammt. Super. So. Cool. Wieder fast 10.000 zusammen. Können wir uns fast die nächste Bude holen. Ja, ich bin zu schnell für euch. Mit meiner Klingel. Ja, ein bisschen höher kannst du noch springen. Und dann... ...wär nicht schlecht zumindest. Verdammt. Ich krieg das nicht mehr hin. Und man konnte wirklich beim... Ups. Man konnte es wirklich hinkriegen, den Sprung extrem in die Höhe zu treiben. Schade. Krieg ich nicht mehr hin. Wär zu geil. Ey. Ey, ihr wollt sterben, oder? Habe ich zumindest ein langes Gefühl. So, die 400. Und dann nochmal. Super geile Scheiße. Nur mal ordentlich Knete gemacht. Ja, Leute. War es dafür. Dann haben wir uns unsere Freundin schlecht behandelt. Aber was soll's. Ist mir echt noch nie passiert, dass... Dass sie so blöd sein kann. Naja. Sie wollen den Drive-By. Was soll ich denn da machen? Naja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir hat er Spaß gemacht. Und ja. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Also, Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.